Minecraft Ideen, welche von Mojang abgelehnt wurden. Es gibt zahlreiche Tränke in Minecraft und noch mehr Effekte. So ist es teilweise schade, für manche Effekte keinen Trank zu haben. Es macht zum Beispiel Sinn, für den Held des Dorfes keinen Trank zu haben, da dieser ja nach einem Raid ausgegeben wird, aber für andere halt nicht. So auch Schwebekraft, denn es wäre doch sicher nützlich, diesen in Trankform bekommen zu können, um zum Beispiel schnell irgendwo hochzukommen. Herstellen könntet ihr ihn dann mit einer Schulkerschale, was sie dadurch auch nochmal extrem wertvoll macht. Die giftige Kartoffel ist wohl eins der nutzlosesten Items in ganz Minecraft. Ich meine, ihr könnt sie nicht anpflanzen, backen oder in den Komposter tun. Als Spieler Mojang darauf angesprochen haben, meinten diese, dass genau das der Sinn dieses Items ist. Es soll ein Abfallprodukt sein, was beim Ernten von Kartoffeln entsteht und wird genau aus diesem Grund auch keinen Nutzen bekommen.